Die Kämpfer in der Ringmitte Die Kämpfer in der Ringmitte Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum der Tijan sich so freut Natürlich, weil er gewonnen hat So, wir haben ein Urteil Und das lautet Sieger durch technische K.O. in der zweiten Runde Nach einer Minute und 30 Sekunden Aus Schweden Tijan Kevin Glückwunsch an Tijan Kevin Und er freut sich so, weil der Tijan hat bisher drei Pro-Sieger Für bestritten drei, das war heute sein Vierer Zweimal hat er unentschieden gewoxt Eine Niederlage Also jetzt endlich im vierten Kampf der erste Sieg Für den Mann aus Schweden Glückwunsch, dann ganz klar, dann Ludwig Harder Junge Gibt immer alles, aber hat nicht gereicht heute Und die langen Hände von Tijan haben zu oft eingeschlagen So liebe Zuschauer, es geht sofort weiter mit Kampf Nummer 7 Vielen Dank